Wir heißen Sie herzlich willkommen, von uns kriegen Sie alle nötigen Informationen. Frank Buschmann und Manny Bräutmann an dem Mikrofon. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung. Die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jemaligen Trainers besser umsetzen kann. Ja, da schaut er sich nach Hilfe holen. Und vor Ort, souverän, wie er das Problem gelöst hat. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Der erste Mann ist noch verarbeitet. Denk mal, können die da was draus machen? Vorsicht, kommt mal. Lasse Farade von Kiefer, der den Ball so gerade eben noch über die Lande leckt. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Zwei kam von dem Ballbesitz. Zwei Buena. Die verstehen sich blinds. Die verstehen sich blinds. Wingrooming. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Biss dem Mann. Pompon. Ja, tolle Chance. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auf der Torwart. Und Achtung, genau hingeschaut. Gutes, schnelles Passspiel. Gutes, schnelles Passspiel. Und der Ball erzappelt im Netz. Und der Ball erzappelt im Netz. Und der Ball legt. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Achtung, jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder offen. So ist das im Fußball. In einer Mannschaft hat den Gegner scheinbar einen Griff. Aber eben scheinbar nur. Also hier sieht man nochmal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Jones in Ruhe. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super, fast genau auf den Punkt, der bringt gefahren. Ja, das könnte was werden. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Wenn es so weiter geht, dann wird es ja spannend in Durchgang 2. Zur Pause steht es 1 zu 1. Die Schäden sind nicht. Und der Unpartei ist im Pfeif die zweite Halbzeit ab. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Schäden sind nicht. Das kann ja nicht mehr lange dauern, da fällt er, der Führungstreffer. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler, er will nochmal einen frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Ausländern. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Die Einwechslungssiege bezahlt. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder in Ballbesitz. Komm mal. Das nette Abiturien antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und es hilft, dich schnau. Das ist eine gute Beamte. Das ist ein guter Team. 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 Ein guter Team. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ein Punkt ist absolut zu wenig. Sie wollen hier gewinnen. Vielleicht fällt hier doch noch der Sieg drin. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Der Zimmer. Minuten vor dem Ende steht es immer noch unentschieden. Aber wer will schon unentschieden spielen? Beide wollen immer noch gewinnen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Wir sind von Posten zurück ins Feld. Das Spiel war immer schon vorbei. Und jetzt gehen Sie hier in Führung. Und da ist es ein ganz spätes Tor für den Three Lions. Und die Fans komplett aus dem Häuschen nach diesem wichtigen Treffer. Ah, das ist wunderbar gemacht. Und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Wer ist denn da? Ja, da kommt was auf uns zu. Es wird wohl gewechselt bei der Heimannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Der Torwart, der ist heute nicht zu bezwingen. Exzellent Manni. Exzellent. Klasse Manni. Dieses Signal ist eindeutig. Es ist der Schlusswind. Men im Verkновen ist eine Sauerwahl. Und wir müssen ein Wunderbarer nutzen. Und du hast das Konflikt. Und du hast dich. Du hast du hast du hast. Und du hast du hast.